Hallo! Und wie kommt es zurück? So! Wir sind jetzt da! Die letzte Folge war eh schon zu lang. Ich würde sagen, wir werden da jetzt noch ein bisschen um. Und so werden wir hier tief holen. Jetzt mal schauen, was wir machen können. Und jetzt ein bisschen ein Modul einbauen. Aber vielleicht sogar nicht nur dreimal einbauen. Wenn das Schiff zu sterben wird, dann wird man ein Ersatzverfahren geübt. Er ersetzen können, was wir jetzt hier noch nicht kennen. Und jetzt brauchen wir einige neue Möglichkeiten. Die würde ich erst einbauen müssen. Docking is completed. Disembark when ready. Was ist das? Wie soll das? Nein! Was machen wir? Eine andere Universal-Kathematik. Ich glaube, wir sind hier. Ich bin hier. Vielleicht sind wir hier sechs. Okay, aber ich werde... Abhol. Na, immer wird sie... Ah, immer wird noch... ...ehm, aufs Atom. Ehm... Nicht ein Opti, na. Ehm, nachdem wird sie... Einergann. Ehm... Woher wird es jetzt? Ah, den Ding, den Ding. Alle im Büheligel. Ich meine, es ist einfach so krass. Hey, ist da wirklich ein bisschen... Na, woher wird es jetzt? Ja, das ist ja sogar der Jäger. Ja, so wird der Jäger. Aber die hat ja normal... Ich meine, die hat ja normal... ... den Kost. Sehr komisch. Wieder extra hier. Und dann ist das Ding dort. Ja. Ja, aber... Ah, jetzt. Ich bin ja verlesen. Such. Okay. Oh, fuck. So, jetzt hast du... ... mein Fehler gemacht, dass das ein bisschen... ... da jetzt... ... enttumpt. Äh... Ja, das ist noch nicht back, ja. Ich muss das Ding wieder ändern. Ich weiß nicht, wie wir es tun. Ich habe es trotzdem vorher verdienen lassen. ... ... ... Ich weiß nicht. Das ist ja ein Meerkostet, das ist wirklich... Das ist ja ein Meerkostet. Das ist ja ein Meerkostet. Das ist ja ein Meerkostet, das ist ja ein Meerkostet. Das ist ja ein Meerkostet. Das ist ja ein Meerkostet. Ah, das ist eine Autorosierung, okay. Das heißt, die wird schwierig. Eigentlich, ob ich es umsonst brauche. Warmer, siehst du? Das ist ein Aero-Mode. 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 Ja, das ist ja so, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Das ist okay. Das ist okay. Nein. I am ... Frameshift drive charging 4 ... 3 ... 2 ... 1 ... Engage Karabonnage ... Deep Shredder ganes 5 ... 2 ... 1 ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na, na, da ist die Veränderung, würde ich immer sagen. Genau, B, genau. Sehr gleich, oder? Ich meine, das ist echt immer. Jawohl. Jawohl. So, als erstes müssen wir uns natürlich das gleich mal anschauen. Warte mal, genau. Jetzt erstmal mal genau Lucky here rein. Oh, bevor ich das Video vergiss, weiß das nicht genau, ob ich jetzt... Okay, sie, ich bin sie, okay. Genau. Greetings, Commander. Ah, da. Ist ja doch ein sehr schief, genau. Dann können wir mal, äh, ach, stattdessen schauen. Genau, äh. Adoptem ist auch schon ein Woffen drin, okay. Äh. Haben wir nichts drin? Äh. Da können wir eine Knotüberwürfe. Äh. Was ist da? Tatsache ich nichts. Okay. Also nicht diese Daten, äh, Ding, Scanner. Genau. Das ist nicht schlecht, äh, da kann man dann eben, äh, das wäre jetzt einfach nur für mich nicht schlecht. Da kann man dann, äh, quasi, äh, wenn man, wenn man, wenn die Energie zu hoch ist, kann man das aktivieren und dann, äh, kann man quasi dann, äh, ja. Äh, äh, dann wird die Temperatur, na, äh, so, okay, dann haben wir Kraftwerk, äh, das Ekel, wie viel geht haben wir jetzt? Man sieht, Sie seh unten, der Ersatzwert, wer, 1,30? Äh. 1,000 Kredits, äh. Ist jetzt das zuhören mal als Chef, äh, okay. Okay, dann gibt's schon ein Fachgestell mit 2,30? Äh. Hm. Okay, das will genau widerschen, du. Ich will sagen, ich weiß nicht, ob wir die vielleicht ausbauen, aber... Okay, super, Kursassistent! Warte mal, eigentlich, äh... Ich will sagen, ersetzen, oder? Warte mal... Okay, dann wird, äh... Hm, okay, dann passen wir das an, oder? Achso, das ist, okay... Okay, noch, warte mal... Ah, na, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal... Huh? Hm, ist gut... Achso... In der Drahtschaft haben wir, äh... Genau... Dann muss der Wärm ausrüsten... Okay, super, Kurs... Das Problem ist, momentan eh... Warte mal, oder, warte mal... Ah, mein, das ist da, was das wäre... Äh... Genau, aber wir haben das Problem, dass ich, äh, irgendwo noch... Irgendeine... äh... Ja, kann man meinen Weg wieder zurückkaufen... Sehr geil... Ehm, das ist jetzt dann das eh... Also, das ist mir... Ich... Wichtig, äh... Okay... Hm... Ich meine, damals natürlich... Ein Zweihrer-Schutz verbraucht... Genau, deswegen wäre ich wahrscheinlich dann... Da die... Da war das Frachtgestell... Das wäre wahrscheinlich dann... Weg... Dann werde ich das durch auf jeden Fall schon mal... Äh... Verkaufen, ja... Das überlege ich mir noch... Ich meine, ich habe eh oben Zweihrer-Dreißig... Ich meine... Was brauche ich denn noch für... Äh... Das ist jetzt ein Zweihrer... Und gar kein Zweihrer... Äh... Ehe Gott... Ist ja egal... äh... Na warte mal... Den können wir jetzt auch noch mitauschen... Genau, den können wir jetzt dafür herstellen... Genau... Okay... Genau... Äh... Okay... Jetzt müssen wir noch... Vielleicht noch ein Visier machen... Ein Transport... Jetzt hätten wir einen Platz... Äh... Äh... Liefern... Zwölf Einheiten liefern... Also beschärfen... Äh... Äh... Es wird beschärfen... Das wir am liebsten... Äh... Machen wir es... Äh... Irgendwie... Ich bin mal ein... Auf der Xbox... Habt mal... Äht dann da anzeigen... Sondern auch die Visieransicht... Für... Danke... Also... Das ist mal... Zum Beispiel... Dann... Automatisch... Die... Äh... Mh... Ok, das wär schonmal was, das wär zwar Stickel, aber, hm, da haben wir einen Moment jetzt eigentlich für alle Möglichkeiten. Verliebt's, gell? Man sagt dann aber, ah, das muss am traurigsten, ich seh es, also, das bringt mir eigentlich eh nix, hm, die Anzeige da. Also, ich bin mir freud, dass ich auf der Xbox da das eh, sehr viel mehr besser sortieren können hab. Das ist, das ist ein geil Monster auf dem PC eigentlich, ich mein, äh, viele Sachen sind am PC besser. Aber, äh, in Elite, äh, aber, äh, der ist nicht schlecht, aber. Da brauchst du wahrscheinlich ewig. Hm, woher das jetzt? Na, acht. Okay. Okay. Oh no. Oh no. Oh, okay, noch so, äh, ein bisschen unten waren die. Ah, eher unten. Hm. Oh nee. Jenny. luego, woher weils. glaubt ja. No. Oh no. No. Wir machen jetzt nachher die zwei Missionen. Das sind 7 Sprünger. Was ist das andere? Das sind 6. Die Aspektflöße sind doch schon deutlich größer. Seitdem du siehst, sie sind auf die Mittleren. Ähm, no. Oh, oh my god, skimm. Oh, das muss ich mir anschauen. Feuerkrippen? Okay. Okay. Hm. Hm. Dann schon mal öffne ich die Jahre. Okay. Okay. Wenn wir den Frameshift Drive einmal aufgerissen haben, dann kann man dort weiterspringen. Ich sehe jetzt, wieviel mein Treibstoff jetzt hat. Frameshift Drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. 4, 3, 2, 1, engage. Fuel scooping. Das ist mehr als zwei. 5, 4, 2, 1, engage. 5, 2, 2, 1, engage. 5, 3, 2, 1, zu 11, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Ah nein, wir achten. Ah, jetzt wird es, jetzt wird es wie, okay. Jetzt, da kommen wir jetzt auch schon näher zu, wie. Wir werden es nicht mehr. Ah ja. Wir fallen noch. Wir werden es nicht mehr. 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 Ich bin nicht mehr. Wir haben es nicht mehr. Wir werden unsiellen. Ich finde, wir ziehen. 4, 3, 2, 1, Engage. Ah. 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 ... 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 Supergrößeassistenten brauchen die anderen unbedingt, aber wenn ich weniger mag, ist der Orbital, den brauche ich mir fast nie. Wenn du weißt, ich muss mir einen Planeten an. 4. Berge 5. Bistel 5. Bistel 6. Bistel 6. Bistel Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, jetzt mal nicht mehr aufste Fiss. Da hätte ich mir noch. Oh no. Opa. So, wahrscheinlich wären wir jetzt in diese Richtung, äh. Ah, cool. Äh, das werden wir wahrscheinlich da am nächsten Mal vorschalten. Äh. So, schonmal. Da wär was, ne? Okay, jetzt wär was anderes. Ja, nur das hier. Ah, nein, jetzt wissen wir, genau, jetzt machen wir, äh. Äh, also jetzt könnten wir uns durch die Firmen, also GSF-Versicherung und sonst will ich's dann leisten. So, wie weit ist es jetzt? Zwar springen, ne? Das ist sehr klar in der Nähe. Ähm. Puh, jetzt habe ich einen Autopilot, der aktiviert. Guck mal. Oh, nicht so krass. Das Ding ist doch ein bisschen. Ähm, muss ich eben noch besiegen. Verhebst. Oh, jetzt lasst uns nicht bei ihm auf. Oh, jetzt lasst uns nicht bei ihm auf. 3... 2... 1... Engage. Also nicht bei ihm auf. Guck mal. Wie quoi. Ist das wirklich dann der Punkt für uns? Ja, der Punkt ist. Räumen mit. Mache. Töne. Das wäre tolles. Was. Führerscoöping. Führerscoöping disengaged. Otto Schwenge bin Selleikau. Führerscoöping. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020